Er sagte, vertrau mir. Wir sollten zusammen ne Platte machen. Und das tat ich. Ich weiß, du stehst auf dieses Live-Musik-Ding und so, aber willst du nicht mehr Geld verdienen? Egal was ich wollte, er würde es wahr machen. Du hast Talent. Willst du auch so eine? Willst du sein wie ich? Wo kriegt man so ein Jackett? Man geht gleich ganz anders. Ich besorg dir hundert von denen.